Wo gehen die jetzt hin? Irgendwo nach oben. Immer das hin und her gerinnen. Bienen bleibt mir fern. Bin schon mal gespannt was jetzt gleich passiert. Oh cool, ne neue Farbe. Wo können wir noch ne Blume her? Okay, da geht es nicht weiter. Aber warum? Ich weiß nicht warum. Hm. Ah. So, ein bisschen weg gehen. Äh, kurz abwarten. Und... Halt, stopp. Da sehe ich noch was. Ich muss ehrlich gut aufpassen. Damit man nicht getroffen wird. Okay, in Deckung gehen. Dann macht's klar. Okay, weiter geht's. Entschwertsabstfestung. Jetzt gucken wir uns mal die Puzzleteile an, was wir schon so gefunden haben. Hm, naja nicht viel. Gucken wir uns mal die Geschichten an. Eines Tages, während eines Spaziergangs, sah ich etwas vom Himmel fallen. Ich wollte mir das genauer ansehen und fand einen magischen Stift. Schnell stellte ich fest, dass meine Zeichungen lebendig wurden. Ich zeichnete Reichtum und Ruhm. Für mich. Aber es war nie genug. Weniger vom Glück begünstigte wollten, was rechtmäßig mir gehörte. Ich erschuf Monster, um ihnen zu zeigen, wer das Sagen hatte. Ich hatte alles, aber ich wollte mehr. Die Jahre vergingen und mein Schloss wuchs. Aber meine Magie schwand. Mein Stift war fast aufgebraucht. Dank meiner bösen Zeichnungen hatte ich die Macht über das Buch, in dem ich lebte. Mit dieser Macht werde ich mehr magische Stifte finden, um ihn zu ersetzen. Ich habe das Gefühl, es wird nicht lange dauern. Was ist das? Ah. Freie die Pinguine. Sehr cool. Ein unvorhergesehenes Winterweihnachtsspecial. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Okay. Hm. Ah, ich werde abgeworfen. Nein. Zeichne eine Schneeball, um Dinge einzufrieren. Ah, okay. Platsch. Ah, sehr gut. Mein Trick. So, du wirst jetzt eingefroren. Du auch. Jetzt befreien wir die Pinguine. Hoffe ich. Ah, es will nicht. Äh. Okay. Okay. Jetzt müssen wir gucken, wie es so weiter geht. Cool. Ich kann ja die Pinguine wieder befreien. Ah, dann machen wir das doch gerade mal. Weihnachtsschneemänner. Aha. So, aber nicht mit mir. Okay. Als würde ich das nicht sehen. Okay. Das bringt so nix. Hm. So. Okay. Da geht's auch nicht weiter. Wie komme ich hier weiter? Ich will da durch. Jetzt sofort. Ähm. Ähm. Okay. Hm. Keine Ahnung, wie ich da... durchkommen. Hm. Ich bin da durch, aber es geht nicht. Okay. Vielleicht funktionieren jetzt ja mit dem nochmal. Oh, es war klar. Also dann funktioniert das nicht mit dem. Okay. So. Dum dum dum. Na komm raus. Jetzt kennst du mir was an... tun. Jetzt nur eingefroren. Aber wie komme ich jetzt nur weiter? Hm. Okay. Wir haben einen Schlüssel. Wir haben... eine Axt. Und... Schnee. Hm. Mauer einbringen... bringt nix. Was? Es muss doch irgendwie gehen. Ich hab nur keine Ahnung wie. Da geht's nicht durch. Naja. Naja. Bevor ich dann noch Ewigkeiten rummach... machen wir eine neue Zeichnung. Okay. Äh... dann nehmen wir mal... die standard... Farbe... schwarz. Oder... ein komisches Braun hat. Naja... aah... Dann machen wir das... Wir nehmen... ne blaue Jeans. So. So. dann machen wir hier auch noch was hin für die beine okay ausfüllen dann für die schuhe so dann für das Hemd sieht hier mal wie eine Glocke aus es gefällt mir nicht so noch ausmalen so ein bisschen hier damit man die beine nicht so sehen kann dann die Arme Arme sehen zwar nicht so toll aus aber was soll's das gefällt mir hier gar nicht so naja muss ja nicht wie in echt aussehen ist ja nur eine Zeichnung okay dann hier der Kopf sieht so sieht scheiße aus dann machen wir halt eben so einen ganz komischen aber das gefällt mir auch nicht dann machen wir erstmal für den Hals so hier hin so so dann für die Haare so schwarz braun wie auch immer so dann Augen Nase die machen wir mal blau dann den Mund und so nein ich will jetzt nicht die Pinguiner befreien oh mein Gott wir gehen auch mal zur Level-Auswahl dann gucken wir uns noch dieses Level an und dann war es mit Draw a Stickman falls ihr mehr sehen wollt, könnt ihr es ja Kuh fehlen ok, wir haben glaube ich alle Stifte zum Zeichnen ich möchte mal schon mal feiern, ganz einfach da ist bestimmt ein Gewass drin was auch immer ok, gehen wir mal hoch verzeichnen uns eine Axt ok, man kann einfach rein ok, Schlüssel das war eine Falle, oh nein du dachtest doch etwa nicht, dass alles war dass das alles war ich habe deinen Freund nur entführt, um dich hierher zu locken ich werde dich vernichten und dein Stift an mich reißen ok was machst du da naja, meinst du naja, meinst du naja, ich stehe schon, glaube ich, wovor es hinaus soll ok ok Schneller ok einfach alles mal anzünden verdammt ich habe es doch innen ausgemalt ich habe es doch innen ausgemalt ah ok da ist wieder Dynamite da ist ein Bienen da hingemalt ok, jetzt rüber komme ich nicht verdammt verdammt schnell da durch ich habe keine Ahnung, wie ich ihn aufhalten soll ah, vielleicht indem ich ihn da hinlocke nö, hat nicht funktioniert ich hätte dich doch nicht aufwickeln sollen ich habe keine Ahnung, ob die Fackeln irgendwas bringen ach, mein Bein ist ja eingeschlafen da ist bestimmt ein Bild vom Hersteller oder irgendwie sowas in der Art ok so hm warum kreist du nicht den an? ich will auch kann man noch runter eigentlich naja, das war es jetzt mal mit bzw. das war der letzte Part für Draw Stickman falls es euch interessiert, könnt ihr es ja kaufen und mal gucken, was ich als nächstes für bla bla bla, wie auch immer bin mag, ich fand, was ich so selbst noch aufnehme und so weiter bis zum nächsten Mal Sisi Kowski